Meine sehr verehrten Damen und Herren, Barbara Schöneberger entstammt, wie ich vorhin schon mal angehört habe, einem Musikerhaushalt. Ihr Vater, ein großer Klarinettist der klassischen Musik. Und Barbara hatte ab und zu Freundinnen zu Gast und hat gesagt, wenn der Papa so übte, naja, das war jetzt auch nicht gerade so, als hätte er ein Hit-Medley von Take-Z gespielt, aber es war noch vorzeigbar. Aber am schlimmsten war es, wenn er Zwölftonmusik spielte, also avantgardistische Musik des frühen 20. Jahrhunderts, Schönenberg, Webern, bla bla bla. Und dann hat sie immer irgendwelche Musik laut geredet und ganz viele laut gesprochen, damit keiner diese peinlichen Zwölftonmusik hören musste, die sich anhörte, als hätte ein Komponist etwas geschaffen nach einer Originalzeichnung von Joseph Beuys. Aber was wir jetzt machen werden, ist, wir werden jetzt von zwölf sehr berühmten, von einigen sehr berühmten Melodien die ersten zwölf Töne hören. Oh, das ist ja toll. Also wir definieren Zwölftonmusik ganz neu. Und diese zwölf Töne spielt uns nicht irgendwer, sondern die spielt uns das Zimmerfreie Chorchester. So, und sobald wir, vielen Dank, Freunde, wunderbar, und sobald wir meinen, erkannt zu haben, um was es sich handelt, dann hupen wir hier und bin mal gespannt, wie weit wir da richtig oder falsch liegen. Und Herr Kapellmeister, auf geht's! Mozart, türkisches Rondo, Rondo à la Turca. Richtig. Ja, können wir es mal hören, für die gehen die jetzt nicht so. Großartige Melodie. Ein Punkt, jawohl. Geht gleich weiter. Lindenstraße. Genau. Christina hat sie erst. Ne, ich hätte es nicht, ich wollte was Kölsches sagen, völlig falsch. Ja, ist ja irgendwie Kölsch. Lindenstraße ist super. Wolltest du es wirklich sagen? Ne, ich wollte es sagen, in meinem Veedel, aber es ist ungefähr... Genau, es ist ungefähr ganz anders, genau. Nein, Lindenstraße ist super. Spielen wir es zu Ende eben nochmal, dass wir es hören. Auf der Schwämpchen Eisenbahne. Sehr gut. Aua. Kommen wir zum Letzten, sehr speziell. Oh, das war's schon. An mir ist alles echt. Jawohl. Das ist von mir. An mir ist alles echt. Das ist von mir. Das ist von mir. Das hat man schon zusammen gespielt. Das hat man schon zusammen gespielt. Natürlich, da war ich nicht, dass wir das sagen. Ich hatte nicht, dass wir das sagen. Ich hatte nicht, dass wir das sagen. Oh, ich schei. Das ist der zweite erste Hit von Barbara Schöneberger. Großartig. Und das Zimmer frei. Pura Orchester, meiner Meinung nach. Vielen Dank, Freunde. Danke. Ja, ha, ha. Ja, ha, ha. Großartiges Spiel, oder? Das ist super. Das solltet ihr jetzt jedes Mal spielen. Das machen wir ab und zu.